Es gibt eigentlich immer was zu tun. Die Gesellschaft wandelt sich ständig. Das hat ganz viele Möglichkeiten. Diesen Wandel zu gestalten, das interessiert mich. Viele Pläne machen, viele Gespräche führen. Es braucht einfach Menschen, die Lust haben anzupacken. Wenn es mich manchmal auch an Grenzen führt. Ich habe auch eine große Verantwortung, fühle auch eine große Verantwortung. Aber es macht unendlich viel Spaß. Ich habe sehr viel gelernt. Und das ist etwas, was jeder, der im Kirchengemeinderat arbeitet, machen kann. Diese Erfahrung. Alleluia.